Hallo Freunde und herzlich Willkommen zurück zu NextSpace Rebels. Ja, in der letzten Folge haben wir eine entkoppelbare Rakete gebaut mit einem simplen Entkoppler. Und wir haben hier noch zwei Nachrichten. Einmal von DotScience und von Raysun, die mich sehr interessieren würden. Wir haben natürlich DudeSurf auch noch und natürlich StarCube. Aber Raysun ist immer das Interessanteste und der hat Cluster hier geschrieben. Spitze, fand ich den Entkoppler. Man muss ihn motiviert lassen, damit er solche tollen Sachen baut. Ich hoffe, dass du viele andere in so einem Stöcke dafür findest. Cluster-Rakete bauen. Also eine Rakete, die entkoppelt wird, während die einzelnen Teile weiterverliegen. Klingt interessant. Also wir bauen doch eigentlich einen Cluster. Ah, nicht, ich kann den nicht klappen. Versuche über eine Teilanstellung ein wenig mit dem Boost in deinem Design herumzuspielen. So kannst du die Zündung nach der Entkopplung ziemlich genau steuern. Achte darauf, dass die einzelnen Teile selbstständig fliegen können. Mach mich gleich an die Arbeit. Ich bin gespannt für den Blitzebogen. Was sagt er hier? Der Roboterahn war ausgezeichnet. Bin zufrieden damit? Er hat doch sicher noch irgendwas auf Lager. Bis zu weit, den nächsten Schritt zu wagen. Das wird anstrengend. Ich sehe es jetzt schon. Und keine Busse, kein Schuh. Ah, ich habe fliegen gelernt. Nichts anderes. Okay, schauen wir trotzdem, was Robot Fisch hier will. Das dauert immer eine Zeit, aber... Danke. Aber ich hätte eine Idee. Achtung. Stuntropp-Mod da. Klingt interessant. Stamm, damit können wir Looping machen. Okay. Racer. Racer. So sehen. Ah, nee. Das machen wir zu Ende. Wir. Klasse. Löse eine Rakete unter 50 Meter aus. Erreiche 200 Meter. Also werden wir wahrscheinlich sagen, eine PVC-Tube mit einem Booster drin. Dann brauchen wir mal eine Kinematik. Das ist ein bisschen groß. Gibt es hier nicht einen kleiner? Nein! Ja. Das ist ein bisschen großartig. Ja. Das ist ein bisschen großartig. Ja. Es schließt sich ja nicht mal an, das ist ja noch kacke. Äh... Ich muss das mal wieder verwenden. Weil sie müssen hier voll umbauen. So. Und da oben. Und dann links und rechts Booster dran. So. Mit einem Versatz von... Sagen wir 3 Sekunden, das sollte vollkommen ausreichen. Let's try this. Die Kappler ist viel zu groß. Wie war es unter 15? 3, 2, 1... Die kamen nicht weit. Ähm... Beenden. Zurück zur Konstruktion. Das ging aber gar nicht. Das ging ja wohl gar nicht. Ähm... Warum hab ich ne neue Nachricht erhalten? Hab da noch gar nichts gemacht. Ähm... Was ist, wenn wir dich rausnehmen, dich entfernen? Fü... Ja... Wollen wir jetzt mal so... Ein bisschen verkürzen das ganze Teil. let's try this again warum sehe ich das booster teil looping rekord wenigstens das wenigstens irgendwas giant boost in der looping nasen op und nein das lade ich jetzt einfach nur mit gameplan und was ich sonst machen kombination mega ok ja solange es das bringt vielleicht können wir das neue triebwerk verbrauchen 81 das war unerwartet aber auch eigentlich schon wieder zwei neue nachrichten frühjahrsputz bei der nasa was was nase macht frühjahrs einkaufen von raketentrickwerken bei der nasa hochwertig glück und ich habe mal gelesen, dass irgendwelche berühmten Satip-Millionen pro Monat machen. In einem Monat fliegt... Ich mach nochmal hoch, warte mal. Ach komm, ich will das da oben lesen. Uh. So. Ähm, werden wir eine neue Herausforderung erhalten. Oh, mit Graf Hirsch. Das ist doch kein eigener... Ah, ich wollte erst ein Schoppi, 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 ich tue. Triebwerk. Ultimatives Triebwerk. Das ist das ultimative Triebwerk, was ich haben möchte. Das kostet zwar scheinlich viel Geld, aber hey. So, ich habe ein neues Triebwerk. Und wenn alles gut ist, kann ich den Tank hier oben drin platzieren. Und setz eine... Aufteile hier hin und kann das dann... ...durch die Beine führen. Ich gehe zurück zur Konstruktion. und bringe an dem Ding hier... ...ein paar Flossen an. Bauen. Das wird doch nie und nimmer funktionieren, oder? Bring your Santa in town. Drei, zwei, eins. Tschüss. Die Turboschets hatten sogar noch an. Das gibt es ja gar nicht. Ähm, zurück zur Konstruktion. Wie kann ich das Ding... ...gerade fliegend machen? Am besten wäre ja eigentlich... ...wenn wir sagen würden, wir haben doch diesen... Nee. Warte mal. Nee. Retro. Da fällt das doch gut drunter. Eigentlich. Aber ich glaube, wir kriegen nicht zwei von diesen Triebwerken hier rein. Doch, kriegen wir. Holy shit, okay. Ich würde sagen, das wird interessant. Ich würde sagen, drei. Das wird interessant. Drei, zwei, eins. Nicht schon wieder schief. Okay, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das Problem kriegen wir hin. Das ist nur eine Sache der Position der Triebwerke. Warte, das müssen wir jetzt ohne Grid machen. So. Das sollte schon funktionieren. Triebwerke verbauen. Easy peasy. Und... Höhe wieder eintragen. Let's go. Wollte 500 Meter höher, ne? Ja, das ist... Waren jetzt weniger als 500 Meter? Ich find's cool. Man kann's trotzdem hochladen. Graf 4, Schrott, Flugfeld, Gepard, Sprit. Jetzt machen wir was Neues. Das ist doch ein Hochladen. Loll. Okay. Das waren viele verschiedene Kombinationen auf einen Schlag. Und man kriegt natürlich wieder Geld. Nice. Ähm, wir müssen trotzdem schauen, dass wir Graf 4 irgendwie in die Luft kriegen. Ich will Graf 4 in dieser Folge noch in die Luft kriegen. Wie krieg ich Graf 4 am besten in die Luft? Also ich bin immer noch das... Ne? Ich bin dafür, dass wir die Triebwerke hier verwenden. Treibstoff können wir wieder den verwenden. Dann den Verteiler dementsprechend. Wenn ich nicht... Dann kann ich ja in der Konstruktion selber noch anpassen wie das Ding. Da fliegt das Ding dann so... Ah, ne. So, okay. Muss ich wieder verbinden. Bauen. Neu Versuch. Let's gooo. Komm, es hat noch genug Treibstoff. Es hat genug Treibstoff. Es hat genug Treibstoff. Es hat genug Treibstoff. Höhe. Nein! Ich will sinken. Ach, come on. Scheiße. Ne, bin ich noch nicht zufrieden mit. Das schaffen wir in dieser Folge noch. Wir kriegen den Graf Visagrad Graf Hirsch zu fliegen. Vielleicht ein bisschen simpler. Vielleicht sollten wir zwei einzelne Treibstoff Säcke einfach nehmen. Die wir hier oben verbauen. Flippen. Verbinden. Dadurch haben wir hoffentlich ein bisschen mehr Schub. Und wenn ich jetzt unter Booster gehe... Ne, scheiße hab ich nichts mehr gescheitzt. Wer nervt. Ja, immer noch dasselbe. Start bauen. Das muss jetzt funktionieren rein theoretisch. Viel zu gut dafür. Irgendwie hab ich das Gefühl, das war weniger Treibstoff wie davor. Ach, come on. Nee, find ich nicht cool. Was ist, wenn wir wirklich auf den Standard von uns von früher zurückgehen? Ein Booster zwischen den Beinen. Let's trade this way. Also wirklich mal wirklich Standard. Die nur Booster verbauen. Nö. Zurück zur Konstruktion. Ich will das hinkriegen. Leute, ich will das heute noch hinkriegen. Wir gehen mal zurück. Wir nehmen das Triebwerk. Wir nehmen einen großen Treibstofftank. Und verbinden das... Ah, scheiße, wir verbauen jetzt hier. Rein theoretisch eine... Wir machen mal wieder alles an. Eine PVC-Pipe. Oder irgendwas, was ich damit verbinden will. Kann ich denn noch... Die Holzplatte ist hier zu groß. Nö. PVC-Pipe. Und wenn ich jetzt eine Verbindung lege... Dann müsste das funktionieren. Bin ich mal gespannt. Let's go. Adieu. Okay, aber... Wenn wir das jetzt noch ein bisschen mehr mit Stabilisation machen... Dann sollte das doch rein theoretisch klappen, oder? Oder wir müssen das nur noch ein bisschen mehr stabilisieren. Zum Beispiel so. Das sollte doch funktionieren, oder? Die Beine hin. Triebwerk dazwischen. Jetzt fliegt gerade hoch, mein Freund. 200, 300, 400... Yes! 500! War doch klar, dass das funktionieren muss. Oh, 800 Meter sogar. Oh! Das hat jetzt besser funktioniert. Es war wirklich einfach die Stabilisation, die uns halt die Neigung gemacht hat, wodurch wir natürlich... äh... Horizontalen Treibstoff verloren haben, oder... Horizontalen, äh... Horizontalen, äh... So seltenes, intervile Flugwinkel... Hey, aber es war... Nicht schlecht geflogen. Kannste jetzt nicht sagen, dass das scheiße war. Ähm... Video hochladen. Doppelschwanz Falke. Lauf. PVC. Nicht welche... Trotzdem das hier verwenden, weil das gehört dazu. Das ist Grafisch. Super-Combination. Mhm. Rundgestand steigt wieder. Und wir haben Graf Hirsch zum Himmel geschickt. Kommentarreihe, die fliegt in die Luft. Und natürlich hat unser Ziel... Das ist deine Schild, was? Oh nein! Upsi. Schnell klebst du wieder zusammen. Was? Okay. Ähm... Leute, ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Weil ich glaube, das wird eine ganz schöne Aufgabe jetzt. Äh... Ich hoffe, dass es dir gefallen hat. Wenn ja, lasst mich einen Daumen nach oben da. Aber nehmt ihr auch noch nicht ab. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also... Bis dann. Ciao... ... ... ... ... ... Wir sehen uns beim nächsten Mal.